Moin moin Kinders und willkommen zurück zu Let's Play State of Decay. Mir geht's ziemlich kacke ehrlich gesagt. Darum werde ich vielleicht mal mit jemandem wechseln. Kann ich mit dir wechseln? Wer bist du überhaupt? Abneigung gegen Polizei. Aber warum? Warum? Oder warum denn? Wir sind doch so nette Dudes. Na gut, wir sind ja keine Polizisten. Wir sind... Fuck. Wir sind ja keine Polizisten, wir sind ja... Soldaten. Oh, dass ja auch hier die Tür abgesperrt ist, ne? Das ist doch einfach wieder der Shit. Okay, hier ist auch niemand. Ich meine... Okay, wir sind gerade zu acht. Bündressant. Stimmt, der eine Typ ist ja noch nicht in den Heli gestiegen. Super. Okay. Oh, Zombie-Jagd-Koloss. Na gut, wir haben ja bisher einige Kolosse erliegen können. Auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig war. Kann ich mit dir tauschen? Oh, Alter, ey. Bei meiner hier ist gerade echt ein bisschen fällig. Es hat doch irgendwie voll nur noch Zivilisten hier. Das ist wirklich scheiße. Was ist mit dir, meine Liebe? Lisa Jansen. Sehr schön. Habe ich jetzt auch den Typen an meiner Seite? Gefahr. Großer gesichtet. Alles klar, aber meine Waffe ist auch kaputt, ne? Schmerzmittel. Haben wir noch ein paar Schmerzmittel? Sehr schön. Was ist das denn? Rohrbieger. Weißt du was? Tschüss, ey. Oh, ein M4. Kauf mir doch noch ein bisschen Munition. Einmal nachladen, bitte. Okay, gut. Alles klar, alles klar. Okay, wir sind, glaube ich, ausgestattet. So ist denn eine große. Hier ist der Koloss. Genau, hier liegen angeblich noch Habseligkeiten. Davon weiß ich aber nichts. Egal. Das ist sogar auf einer relativ anderen Ecke. des Gebiets. Wir haben schon wieder heldenhafte Musik. Ich weiß nicht warum. So ist das halt, wenn ihr bei der Army seid. Es läuft immer heldenhafte Musik. Um euch daran zu erinnern, was für coole Typen ihr seid. Na, ich bin schon froh, dass es wieder hell wird. Also, für die Outnahme ist das immer ein bisschen kacke. Klar, es soll irgendwo eine gewisse Art von Realismus auch simulieren. Ich glaube, da ist zu. Aber das juckt uns gar nicht. Ja, wir müssen dann nur mit genügend Leuten auf den Koloss rauf gehen. Muss ich hier raus? Ja, ne? Auf den Fetten rauf gehen und wenn wir dann ein paar gezielte Schüsse gegen seinen Kopf machen, dann sollte das doch alles kein Problem darstellen. Oh, das war cool. Ein Infektionsherd. Perfekt. Oh, shit. Da war noch einer. Du wirst hier nicht schreien, mein Freund. Oh, wo kommst du denn her, mein Freund? Wo kommst du denn her, mein Freund? Oh, shit. Holy shit, ey. Gut. Okay. Jetzt haben wir zwar eine Infektionsherd besiegt, aber was bringt uns das? Da ist der Typ. Ist das Swat Zombie? Na egal, du machst das schon. Nicht einfach treten, auf den Kopf fahren. Oder auf den Kopf schlagen, besser gesagt. Oh, Croce. Legen wir los. Kannst du meinen Safari aber mit dem Auto hin, ne? Da können wir dann vielleicht noch den einen oder anderen guten Schlag landen, weil ansonsten ist das mit diesen fetten Bastarden immer ein bisschen unschön. Da ist er auch schon, ich sehe ihn. So, aber es ist ganz gut, wenn wir die ganzen Ads hier bekennen können. Ads? Ach, als wäre das so ein scheiß MMO wäre. Hier ist noch irgendwie ein Special Zombie. Ist das ein Kreischer? Gewesen. So. Ja, wie machen wir das? Na los, komm her. Ja, komm Dickie. Verdammt, warum ist er nicht weitergelaufen? Ja, komm Dickie. Verdammt, warum ist er nicht weitergelaufen? Hinterkopf. Lad doch nach. Oh fuck, ey. Shit! Der wird aus hier einfach in Stücke gerissen. Wow. Tja, wir sind wieder einer weniger. Das ist natürlich richtig gut. Meine Waffe ist auch gleich kaputt. So, lass uns gehen. What the fuck, ey. Alter, mein Auto, ey. Okay. Egal, wenn wir uns gleich ein neues. Tja, das ist scheiße. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Ich glaube, wir sind noch gar nicht von da gekommen. Fahr'n wir mal lieber hier hin. Tja, das bleibt dabei. Wenn die Leute dir die Quests für einen Spezialzone begeben, sind das immer die ersten, die drauf gehen. Ich würde sagen, wir wechseln mal die Karre. Ey, der Typ ist so langsam, dass das nicht normal ist, ne? So. Wir haben den Jose verloren, aber wir haben einen schönen, wer ist denn der? Caballo. Oder Caballo, ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Meine Güte. Auf jeden Fall einen schönen Sportwagen haben wir mitgebracht. Jose musste leider sein Leben lassen. Tja, gut, Jose. Fahr' ich überhaupt richtig? Ja. Ja. Ja, aber das wäre mir egal gewesen mit diesem geilen Auto. Da kann man auch mal gerne umwegfahren. Oh, es ist so schnell, dass du das Spiel legst. Toll. Einfach traumhaft. Oh, das ist toll. Soll ich mal mein Lager markieren, ne? Wisst ihr, ich bin nämlich fast dran vorbeigefahren. Oh man, wie das Auto schon wieder aussieht. War so schön, als ich es geholt habe. So schön ist es gewesen. Egal, wir stellen es da vorne hin. Und dann muss ich gleich mal auf meinen Gebäudesplatz gucken. Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Autos zumindest ein bisschen repariert werden. So. Tja, Jose hat es leider nicht geschafft. Schon gut. Schade, schade. Schade, schade, Schokolade. Können wir das einmal reparieren, bitte? So. Und jetzt wollte ich einmal gucken. Hier habe ich alle Häuschen. Flächenoptimiertes Lager. Ich weiß nicht, ob das sowieso super wichtig ist. Da haben wir sowieso nicht so viele Sachen zum, ne? Versorgungswege, Saatlichten, Suche und Retten. Solarenergie erforschen. Ah, okay. Cool, wir können Sachen erforschen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Leselampen. Geistesgegenwicht schneller. Guck mal, das hätte ich mir vielleicht mal ein bisschen mehr ansehen sollen. Ne, abreißen will ich das ja nicht. Sanitätsstützpunkt. Bla 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 bla. Aha. Werkstatt. Ach so. Dafür brauche ich Baumatz. Wo kriege ich denn Baumatz? Welches? Hab ich gesagt, keinen Bock jetzt nach Baumatz zu suchen, ne? Ach, ist das doch alles wieder der letzte Shit, ähm. Lagerhaus nichts mehr da. Ja gut, den Aussichtspunkt haben wir schon. Da ist noch was in diesem Lagerhaus. So, wir darf nicht mal gucken. Nur weil ich voll bin, fahre ich da mit dem Auto hin. Ähm, sonst würde ja schon eine... ...eine Ladung reichen. An Baumaterialien. Okay, geht anscheinend auch wieder die Party ab. Sieht nicht gut aus, ne? Sind wir auch nicht. Oh, ein Crasher. Okay, ich hau dir aufs Köpfchen. Na gut, das schaffst du auch nicht allein, ne? Was ist hier drin? Oh, ja. Weißt du, wie die dir immer die Zombies hinhalten, damit du dir den Kopf einschlägst? Ganz ehrlich, könnte ich das nicht selbst machen. So. Kann ich jetzt bitte mal hier absuchen? Du machst ja irgendwie nur Bullshit-Freundchen, ey. Na toll. Da haben wir ja nur Scheiße hier drin, ey. Na gut, ich glaub Baumarts werden wir hier keine finden. Was ein bisschen schade ist. Energydrink, super. Einfach sehr gut, hier ist sowieso nur Benzin drin. Ja, ich fürchte, das war's auch fast, ne? Mal hier im Schrank werden wir sicherlich auch nichts finden. Gut. Dann sollten wir vielleicht nächste Folge mal gucken, dass wir ein bisschen Baumaterialien farmen. Zumindest solange wir keine Rettungsquests oder ähnliches haben. Oh, ich liebe dieses Outdoor. Oh. Es ist so schnell. Gut, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play State of Decay. Auf Wiedersehen.